Du vergisst niemals den Menschen, der dir dein Herz stiehlt. Oder den Menschen, der dich schön verarscht. Was für eine Meise! Der Scheiß, der hier abgeht, stinkt schlimmer als tot der Fisch. Und meine Eier sagen mir, wir sehen uns das besser an. Das ist keine gute Idee, Mitch. Wir sind Rettungsschwimmer. Und meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstürzen. Tja, meine Eier sagen, scheiß auf das Gejammer, lass uns das wie Männer regeln. Immer geht's nach deinen Eiern. Baywatch funktioniert, weil wir uns an Regeln halten. Lasst uns feiern! Der Typ ist doch ein Totalausfall. Ich bin Matt Brody. Alles klar, das interessiert mich einen Scheiß. Er ist einer der besten Schwimmer der Welt. Er ist wie, wenn ein Mensch einen Jetski ficken würde. Was zwar unmöglich ist, aber so cool wäre. Hier kannst du schlafen. Aber wächst ja nicht auf meine Lachen. Hey, fuck. Leon, bring ihm Manieren bei. Viel Spaß mit ihm, Jungs. Jetzt geht's in die Haier, Bitch. Bis jetzt euer Daddy! Ich meine ja nur, die ganze Geschichte hätte auch noch viel schlimmer ausgehen können, oder? Hey, ein Fuß, das bringt Glück. Heb ihn auf. Vielleicht finden wir in der Leichenhalle Beweise. Such seinen Damm nach Einstichnacken. Ich soll seinen Damm untersuchen? Jetzt sei kein Baby und heb seinen Hodensack hoch. Alter, es ist ein Damm, okay? Du hast gar nicht hingeschaut. Geh näher. Das riecht nach Joghurt. Da ist ein Loch. Nein, ist nur sein Polo. Lächeln. Das poste ich gleich. Nein, poste das nicht. Ist doch nur eine Handvoll beharrte Eier. Was glaubt ihr, wo wir hier sind? Bei den verdammten X-Games? Wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Oh, okay. Mein Fehler. Ihr wart auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Sagt man, wollt ihr mich verarschen? Das hier rein. Ich schadar mich. Vie Deutschen, werden wir nur YOUTES-Ver teilnehmen. Wir sind nicht einfach der Sch koste zu werden. Wir lassen uns auch alle